Ja! Brücken Sie sie zur Maschine! Wir geben ihnen Deckung! Schaffen Sie die Zivilistin an Bord! Wir haben nicht viel Zeit! Halten Sie mir diese Mistkerle vom Hals! Prophet, Sie fliegen mit hier! Ich gebe Ihnen Feuerschutz, bis Sie in der Luft sind! Wir sehen uns auf dem Träger, Nomad! Viel Glück! Wie soll ich denn den da oben kriegen? Nimm das! Äh... W-w-w-w-wäh? Ich bin weg! Lauf-Tgr! Bist auf ein paar Antillerie-Geschütze! Vorher Jungs haben sie übernommen, also greifen Sie sie nicht an! Ahhh... Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Huh! Waaas? Lauf, 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 lauf! Weiter feuern! Lasst den Mesker nicht näher ran! Doch hoffentlich kriegen die den unter Kontrolle. Ich habe keinen Bock gegen den zu kämpfen. Zu kämpfen, nicht zu campen. Entschuldigung. Moment, uns läuft die Zeit davon. Wir können diese Position nicht länger halten. Legen Sie den Gang zu! Bin schon da! Ah! Oh nö! Das ist so geil! Wir alle im Hintergrund fluchen! Blah! Also wenn wir echt mal so von Aliens angegriffen werden, dann sind wir sicher unseren Tod. Boah, kühl ab! Oh nö! Oh nö! Oh nö! Oh nö! Oh nö! E-Watcher 14, lehre mich dem Exfiltrationspunkt. Hier ist immer noch zu viel los, um zu landen. Ich brauche Flugabwehrfeuer! Wir banden die Flak und geben uns Deckung! Oh, Schick! Zurück! Zurück! Nimm das, du verdammter Wichter! Da kommt er! Zeig diesen Bastard, mit dem er es zu tun hat! Verdammt! Er kommt gelaufen! Ich will Raketenwerfer auf dem Hügel da! Gexten Sie sich an diesen Bergrücken besetzter, verdammter Artillerie-Gesütz! Ja, Sir! Stellung könnten Marines! Nomen, holen Sie ihn vom Himmel! Nix! Ha! Och, nö! Alter, was ist denn das für ein Fight? Lass das Ding nicht in die Nähe des Exfiltrationsfronts! Einfacher gesagt, Opa. Nächster. Alter, die schießen aber auch präzise. Deine Mutter. Hinten sind sie am, äh... Tödlichsten. Hinten kann man... Das ist ein Schwachpunkt. Leere mich dem Exfiltrationspunkt. Hier ist immer noch zu viel los, um zu landen. Ich brauche Flugabwehrfeuer. Wenn man die Flucht umgibt, uns Deckung. Oh, schieb zurück, zurück! Nimm das, du verdammter Mester! Komm schon. Da kommt er! Zeig diesen Bastard, mit dir was zu tun hat. Verdammt, mir kommt genauso zu. Ich will Raketenwerfer auf dem Führer da. Wächsten sie sich an diesen Bergrücken besetzt. Das verdammte Artillerie-Gesütz! Ja, Sir! Stellung, fangt Marins! Holt sie ihn vom Himmel! Ey, meine Rakete fehlt. Äh, weins ist? Noch irgendwo einer. Wir sind 14, bereit zur Landung! Beginnt mit Exfiltration! Okay, Leute, wir halten ab! Wir schaffen alle von der Insel und formieren uns neu! Volle Deckung! Wie viel rät der aus? Lauf, 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 lauf! Kommen Sie, Sir! Hier rein! Was sind drei Teufels nahe, ist das für ein Ding? Starten Sie, Vulture! Überlassen Sie den Bastard mir! Was ist mit Ihnen, Major? Ich bin ein Möbret! Ich laufe übers Wasser, wenn es sein muss! Jetzt verschwinden Sie von meiner Insel los! Alter! Alter! Was ist das? Scheiße. Das ist doch nicht mehr normal. Das geht nicht. Kommen Sie sich fest, meine Herren, die Vorhersage? Scheiß Sturm. Im Tal vor uns wimmelt es von fliegenden Feinden und so ein Wetter habe ich auch noch nie erlebt. Der Gegenbesuch. Der Pilot ist getroffen. Macht das Cockpit auf. Motherfucker. Was? 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 Fliegen. Wow. Ich habe die Maschine unter Kontrolle, aber ich bin halt genug. Was soll ich machen? Ihr Sekundärtriebwerk ist ausgefallen. Behalten Sie eine niedrige Flugbahnweisung. Überlassen Sie das Haupttriebwerk. Wir fliegen Truppen auf die USS Constitution auf. Sehen Sie unsere Maschinen vor Ihnen. Roger. Folgen Sie. Sie escortieren Sie durch das Tal. Bleiben Sie bei uns, Nomad. Hinten an dem Lager auf 12 Uhr. Wir haben bei uns angegriffen. Wir holen Sie da raus. F-36 escorten im Lande an Flug. Ankunft in circa 5 Minuten. Roger. Okay. Okay. Also fliegen kann ich. Du Bastard. Ich sinke. Warum sinkt die Maschine? F-36 escorten im Lande an Flug. Ankunft in circa 5 Minuten. Roger. Nomad, halten Sie uns im Rücken frei. Werden wir unsere Jungs an Bord nehmen. Roger. Während uns im Anflug. Nomad, Sie haben Feuererlaubnis. Okay, wir sind jetzt rum. Nomad, geben Sie uns so lange Deckung. Wir sind startbereit. Sicher Sie nicht aus dem Rücken. So ist es. Boah. 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 Das krieg ich auch. Ich bin dabei. Schauen, fliege ich so langsam. Ich habe Gommi. Diese Schnelligkeit. Wie viele? Ich sehe die Gegner nicht. Alter. Alter. Hä, warum bin ich wieder am Boden? Oh, leck mich doch. Was soll denn das? Also dieser Luftkampf ist scheiße programmiert. Der Manns Heckkrieg-Staater Verwundete. Leisten Sie Luftunterstützung. Roger, Zentrale. Ihr Vulture 2-0, er bitte sofortige Luftunterstützung. Bleiben Sie durch, Vulture. Ich bin unterwegs. Beheilen Sie sich, Nomad. Sichern Sie den verdammten Luftraum. Over. Zentrale, wir hatten ja eine Ladung Brandgeschosse der KVA für die Constitution, aber wir sind überladen. Können Sie einen Vogel schicken, um das Zeug abzuholen? Roger 2-0. 1-80-5, nehmen Sie das Zeug abzuholen. Moment, Sie sind und sie ab. Roger, Zentrale. Moment, geben Sie uns Deckung. So, noch eine. Roger 2-0, hier ist Nomad. Die Luft ist weg. Roger Nomad, setzen Startborden fort. Okay, wir sind in der Luft. Danke für die Hilfe, Nomad. Fliegen wir die Vögel zum Träger zurück. An alle Einheiten. Auf der Straße, da vorne wird ein Kontroll angegriffen.